Hey Dan! Alles Gute zum Hochzeitstag! Dan, mein Mann. Er ist wirklich ein wundervoller Vater. Du brauchst schon die Größe 4+, was? So groß. Sieh dir mal diese Muskeln an. Ich wünschte aber, unser Leben wäre... größer. Scheiße! Ernsthaft? Kann ich erst mal das Kind absetzen? Bitte Gang 6 reinigen. Sorry für das Chaos. Wir festhalten! Oh, hey Bo! Hey Dan! Leg nicht auf. Ich bin aufgeflogen und brauche neue IDs für meine Frau, meine Kinder und mich. Hast du es ihnen jetzt gesagt? Wenn wir in Sicherheit sind. Wir sehen uns in drei Tagen in Vegas. Das ist Wochen. Oh mein Gott, wir fahren nach Vegas! Oh, wir freuen uns mega. Nichts schmeißt so zusammen wie ein Roadtrip. Oh, stop! Collaborate and listen! Ice is back with a brand new adventure. Something grabs a hold of me tight. Fünf Stunden im Flugzeug oder 33 Stunden im Auto? Kann jemand mal die Türen entriegeln? Alle sofort anrufen. Sie sollen sie finden. Was war das? Ein Schlagloch. Maxi war die ganze Zeit wach. Was war das? Ein Schlagloch. Maxi war die ganze Zeit wach. Dein Ehemann. Ihr Vater zu sein, das ist mein wahres Ich. Du bist die James Bond nur mit Minivan? Ich liebe diesen Minivan. Ich muss nochmal dieser Typ sein. Ein letztes Mal. Für uns. Du spielst den Familienvater ziemlich gut. Das ist mein Leben. Kein Spiel. Ich steh irgendwie voll auf den Spontanen. Warte, warte. Los. Jetzt. Neuer Rekord.